So, dann machen wir uns mal los. Ich hole Dingswaffe ist eigentlich auch echt geil so wie ich das verstanden habe. Egal, ich nehme Schild und Fähigkeiten. Drück mal M und dann kannst du den Charakter einfach mit Linksklick irgendwo hin platzieren wo du hin willst. Was sind wir? Sind wir Angreifer? Ah ja, ne die Fender, die Fender sind wir. Dann gehe ich... Oh, Scheiße. Warte, machen wir mal so. Hörst du was? Ne. Bist du bei B, oder? Ja. Ich hör was, ich hör was A. Und dann Spectral Warning. Ich versteh's nicht. Okay, einen habe ich getötet. Zweien habe ich. Ich habe noch einen. Heiße, der kommt gleich rein. Oh, fuck, man. Nein. Ey, komm. Oh, komm, defuse, defuse, defuse. Defuse die Scheiße. Verpiss dich, wenn du nicht defuse kannst. Mein Gott. Sehr schön. Jetzt mal kann man hier... Ah, hier. Die Gaff aufnehmen. So, und dann gönnen wir uns jetzt... Ne, ich brauche keine Autoshock. Das hier. Fähigkeiten habe ich nicht mehr genug, oder was? Ja, ist egal, eigentlich. Ja, aber die... Ne, ich brauche keine Shotgun halt. Wie gesagt, mit M kannst du teleportieren, vergiss es nicht. Ja, ja, ich weiß Gott. Richtig gut. Warte mal, aber ich weiß nicht, wie ich mich hier überall platzieren soll. Ich glaube, einfach hier. Ja, bei B ist ein bisschen Action. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich hier überall platzieren soll. Hier platzieren wir jetzt, platzieren wir. Scheiße. Das kann nicht sein. Scheiße. Oh mein Gott. Willst du mich rollen? Bei meinem Kopf hat er mich... Ja, was macht... Achso. Loy. Ich habe mir das auch schon tot, wenn man meint. Also einer war irgendwo da hinten. Aber... Ja. Ja. Nice. Rechts einer. Kannst du nichts machen. Tag. Ja, wir spielen viel zu wenig mit den Fähigkeiten. Warte mal, wo steht, wie viel wir haben? Ah, hier rechts oben steht, wie viel wir in der nächsten Runde haben werden. Da habe ich näher. Ich nehme nur Pistolen und Fähigkeiten. Das bringt nichts sonst. Was ist eigentlich dieses Island? Das ist ja nicht da, wo die platzieren können, oder? Oder es ist doch... Keine Ahnung. Nee, das ist... Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das heißen soll überhaupt. Dann gehe ich hier hinter. Nein, das meinte ich nicht. Boah, fuck. Willst du die pushen, oder was? Ja. Es ist Dings. Es ist B, es ist B. Also mindestens zwei auf der Karte. Wie sagt man? Der Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ja. Das kann man schon machen. Also... Es ist irgendwie schlecht, dass... Ey, da... Jo, was hat die... Zieh dann für ein wenig Munition, Alter. Wurde. 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 Alter, wie habe ich den so schlecht getroffen? Wo ist die scheiß Bombe? Ich seh die gar nicht. Ach, egal. Oh mein Gott, der kriegt ja gar nichts mit, der Junge. Ja. Gut. Das war eh unsere Ico-Runde. Ich meine, insgesamt die Sonde. Also... Wir kennen ja die Karten... Also, was heißt, wir kennen die Karten nicht, aber wir wissen nur nicht, wie wir die Karten richtig spielen sollen und alles. Ich stehe 1-6. Ja. Nicht gut, aber mein Gott. Nicht schlimm. Könnte ich jetzt mal behaupten. Schon ein bisschen nervig. Tee, egal. War das ne Sniper? Ne. Ja. Definitiv. Wie hat er mich da bitte gekriegt, alter? Jawohl. Das ist ganz komisch. Nie im Leben. Das ist ein beschissener Cheater, der Typ. Steht da rechts? Ja, er ist da hinten. Der ist hier irgendwo. Genau, da ist er da. Da sind zwei. Jetzt defuse, bitte. Einfach defusen. Boah, endlich. Mein Gott. Vor allem, ich stand, er hätte das nie im Leben erwartet. Ich stand hier drauf. Guck mal auf die Karte, wo ich drauf stand. Ich stand übelst weit oben. Wie hat er da vorher drauf gezielt? Also, der muss ja vorher gewusst haben, dass ich da oben drauf stehe, um mich irgendwie nie zu treffen. Also, nie im Leben hat er das gewusst. Das traf ich nicht. Ich mach das jetzt mal anders. Stellen wir uns hier mal ein bisschen aggressiver hin. Oh. Eine war A. Noch eine A. Die Geist, das macht so keinen Sinn. Ich hab gegen die Wand geschossen, obwohl ich dann vorbeigeguckt hab. Nice. Das ist noch einer. Oh, nein. Ja, das ist was. Okay, ich komme. Ah, das geht nicht. Ja, wo sind die denn? Ich gehe wieder B. Ah, warte mal, ich hab die Fähigkeit nicht, oder was? Nee, die will ich aber haben. Ja. Und dann platziere ich meinen Kollegen dahin. Und die selber geht dahin. Ich hab irgendwas auf die gehört. Ja, R.B. Ja, R.B. Smoke, out. Meltdown. Arc Sentry on scan. Throwing Meltdown. Zeus has been planted. Setting a hole mine. Scheiß, einer slow auf jeden Fall. Alter, wo sind die Teammates, Mann? Der ist dahinter. Einer von euch, der muss defusen. Der wird rechts sein. Ja. Oh, Gott sei Dank. Meine Fresse, Jungs. Ey. Junge, jung, 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 jung. Könnte doch nicht wahr sein hier. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich wenigstens... Also Fähigkeiten sind auf jeden Fall super. Äh, der Särklar, das nehme ich hier. Nee, meinte ich nicht. Oh, ich kann auch so hier machen am besten. Und mich selbst platziere ich hier hin. Ah, ich vergesse auch diese Reveal Area, ne. Darf man, muss man auch beachten. Das wurde ja im Tutorial ja auch erklärt. Dass wir die da reinlaufen in den ersten 30 Sekunden. Ja, ein bisschen was bei dir. Oh. Wie konnte ich jetzt von der Mitte gekillt werden? Wollt ihr mich verarschen? Ah, super, weil keiner in der Mitte geguckt hat. Naja, klasse. Sehr fantastisch. Die haben Dinken, oh mein Gott. Hier ist einer. Und da ist Dings. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ja. Hast du gesehen, wie ich verimt habe? Dinger, das war... Ja, hast du, hast du. Deswegen musst du auf so eine Reichweite einfach tippen. Ja, ich weiß. Guck, 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 guck. Aber ich finde ohne Scheiß, das ist eine richtig geile Verbindung aus, dass das halt einmal taktisch ist, aber trotzdem nicht so taktisch, dass dir das halt auf den Sack geht. Wie bei Counter-Strike und Co. Also ich finde das richtig gut gemacht, ohne Mist. Also das, das im Spiel kann echt was werden. So. Woher geht ihr mir? Ich würde sagen, wir laufen durch die Mitte. Ne, Mitte finde ich auch nicht so gut. Ja, komm, aber... Ne, wir laufen einfach nach B erstmal. Wir laufen B einmal hier rein. Und einmal hier. Oh ja, das... Nice. Ja, vollidiot. Rotte. Hat das total nicht gespielt. Ist in die Reveal-Area reingelaufen. Sonst wäre das eine Fähigkeit von dir gewesen. Ne. Leute, die hat er mich wounded gemacht. Naja, komm, komm, Schluss halt. Warte mal. Smilk hier! Warte mal, warte, warte, warte. Ich, ich, ich nehme, ich nehme Dings. Warte. You have the Zeus. Warte. Ey, das kann es nicht sein. Mark Sentry on scan. Nice. Nice. Hä, ist da noch nicht noch einer gewesen? Egal, ich gehe jetzt von hier rein. Ich werde mich nicht erwarten. Nice. Nice. Ich kriege den Plant aber nicht mehr hin. Ne. Zu spät. Wie ist das eigentlich mit der Bombe? Wenn du die Bombe aufhebst, hat ja nur ein, nur einer deiner Charaktere die Bombe, ne? Nicht beide. Also wenn du hin und her switchst. Hier musst du aufpassen. Ich würde in der Runde nicht halt so viel kaufen. Obwohl, ne, ist eigentlich wichtig, dass, ne, ist eigentlich wichtig, dass wir nicht gewinnen. Dann würde ich sagen, wir gehen, gehen wir mal A, ne? Dann platziere ich aber hier durch ein Dings, platziere ich das Ding hier. Kann ich jetzt umplatzieren? Naja, klar. Einfach ein Ding hinter uns platzieren. Sending wavescans. Ja, das ist noch ein Ding. Hm. Ich schaue die Kiefer. Ich mach einfach ne Smoke hin und das war's, dann kann er nicht mehr durchkommen. Einen hab ich. Hallo, warum, oh mein Gott, bin ich da alleine oder was? Nein, ich hab gerade geküsst. Fuck. Okay. Noch einer übrig, ich platziere. Ah ne, ich hab die Bombe gar nicht. Wer meins. Hier, glaub ich. Wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin. Nice. Sehr gut. Michi macht Kills und es geht wieder. Ja, wir kaufen alles. Wie da? Ähm, ja, ja, können wir eigentlich auch machen. Ah, ist noch ein bisschen verwirrend für mich. Aber... Ja, können wir machen. Eigentlich muss ich nur... Ja, wir haben Mitte jetzt schon wieder nicht abgeriegelt. Warte mal, ich stell wieder... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Okay, passt. Warte kurz. Was ist die Bombe? Nee, warte, 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 warte. Fuck. Okay, ein Spectrum ist tot, aber ich platziere jetzt. Ich platziere. Es ist aber einer in der Nähe, ne? Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Oh mein Gott. Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Was machen wir denn? Einer von uns muss in die Mitte. Bin ich alleine? Ja. Bin ich alleine? Ja. Ja, wir müssen in der Mitte. Das war auch Kacke von mir. Also wir müssen... Na gut, wir sind jetzt eher am Verteidigen. Hä? Ah, ne, stimmt. Wir haben noch eine. Was? Die letzte Runde oder was? Naja, wenn wir gewinnen, ja. Also die Zonde. Hm, theoretisch. Lass mal, lass mal B. Ne, lass mal B. Lass mal B. Dings fach mich ein bisschen ab. Na, ich geh wieder Dings platzieren. Ich platziere mein Ding, äh, mein Klon da hin. Ich hab die Bombe nicht vergessen, oder? Ah, ne, du hast nicht Bombe. Ne, du hast nicht Bombe. Ja. Umso besser. So. So. Okay, jetzt komm ich. Da ist einer. Ey, das ist so... Widerlich. Ist das ein Sniper oder was? Genau. Genau. Ja, hat er, glaub ich. Ja. 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 Also die gehen einmal hier durch. Da ist meistens einer. Dann sind hier 2 ungefähr. Und bei A ist glaube ich auch einer. Also wir müssen am besten Mitte oder das hier durchpushen, Drop oder Mitte durchpushen. das ist krank ja aber doch nicht mit einer mit der bombe nimmt doch den typen natürlich oder ja aber in der zeit wo du gesagt so ich bin gestorben ich bin in diesem real scheiß fenster ich vergesse das immer ach so ha ich bin alleine oder was du sagst du was oh mein gott war wie kann die so präzise seien wo ist die bombe überhaupt was wo man ganz ehrlich er droppt halt am anfang des matches die scheiß bombe dann müssen wir die ein halbes match verbringen was hatten was hatten das eine mit dem anderen zu tun so voll ab da nimmt die bombe alter stirbt damit direkt am anfang des matches und sagt ja wir müssen langsamer laufen nein es ist so ein riesen spaß dieser typ ja 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 das gibt's übelst nicht ja ihr wisst schon dass beide aus dingens in der base und die können jetzt aber die besten rennen und die töten digga du hast da ein teammate neben dir kann ich nicht das ist ja auch verletzt glaube ich ach nix da komm Ah, damn. platziert die gleich neben dir irgendwo und nicht in der base die war nicht in der das ist klar jetzt wieder einer der base und wir müssen das das von den typen ok wo diese flashes alter ganz ehrlich schon wieder ich sehe nichts wenig ist ein oder hinter oder was naja das meinte ich jetzt nicht alter er kickt genau in der sekunde mann zwei sind da nicht nur ok hat das was habe ich nur zu planten ich glaube nicht und going for the plant alter das ich habe das so spät gehört dass er hinter mir ist das ist doch nicht dein ernst haben wir jetzt gerade echt 77 gespielt obwohl wir was 73 standen oder so naja ja ja wir haben wir die ganze zeit match point gespielt ja nur eine runde gewinnen müssen ja 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 ja